Ja, hier nochmal eine Variante, wie man zum Beispiel so ein Frage-Antwort-Spiel in ein Referat zum Beispiel einbauen kann, so dass man sich nicht umständlich durch das Spiel klicken muss und dann immer wieder von vorne beginnt, sondern hier eine Variante, wo man schneller zu der Auswahl kommt und zu den nächsten Fragen. Ich habe das hier mal vorbereitet. Ich habe hier also oben die Frage. Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten zum Anwählen. Wichtig ist wieder bei den Übergängen, dass wir sagen, kein Mausklick für alle übernehmen, wenn wir weitere Folien haben. Und hier gibt es dann die Möglichkeit, bei den Animationen eine Betonung auszuwählen. Wir brauchen hier die Betonung Füllfarbe. Man sieht schon, bei dem ersten Klick würde sich hier also dieses Feld hier entsprechend einfärben. Und durch die Optionsschaltfläche können wir aber noch weitere Einstellungen vornehmen. Wir können nämlich zum Beispiel sagen, okay, beim ersten Klick wird das Feld erstens mal markiert. Beim zweiten Klick wird dann angezeigt, ist das Ding richtig falsch. Ich mache das dann über eine Farbe. Hier also ein Rot. Und wichtig ist noch, dass man sagt, hier bei Anzeigedauer, beim Klicken, Trigger, und zwar Effekt startet bei, wenn man hier auch entsprechend draufklickt. Hier muss man aufpassen, hier sind alle Elemente dieser Folie aufgelistet. Und wir brauchen natürlich das Element, wo man hier natürlich draufklickt. Wenn wir hier das so lassen, dann müsste man da oben draufklicken, dass hier sich das einfärbt. Wir brauchen aber hier die zweite Auswahl. Sagen, okay. Also erster Klick orange, zweiter Klick rot. Hier unten ist das Richtige. Also hier sagen wir wieder eine Betonung, Füllfarbe. Dann über die Optionsschaltfläche Füllfarbe können wir dann wieder sagen, okay, markiert wird es mit orange. Und nach der Animation soll das Ganze dann grün erscheinen, dafür, dass es richtig ist. Und hier auch wieder wichtig, beim Klicken, man kann hier auch die Geschwindigkeit einstellen, also wenn das sehr schnell erscheinen soll, und Trigger, Effekt starten bei Klick auf das richtige Textfeld. Das wäre dann hier in dem Fall das untere. Okay. So. Und dann färbt sich das Ganze grün. Dann wollen wir es uns mal anschauen und starten. So. Also, wenn die Präsentation gestartet ist, ich kann hier gefahrlos klicken, ohne auf die nächste Seite zu kommen, weil ich dieses Häkchen beim Folienübergang rausgemacht habe. Jetzt klicke ich hier drauf. Das ist praktisch das Einlocken. Und neuer Klick drauf, erscheint das Ganze rot. Und hier unten beim richtigen Feld draufklicken, einlocken. Und nochmaliger Klick lässt das Feld grün erscheinen. Und dann könnte ich natürlich mit einer weiteren Schaltfläche auf die nächsten Fragen verlinken. Und so kann ich das Ganze entsprechend abkürzen und so ein Frage-Antwort-Spiel in eine PowerPoint einbauen. Einbauen.